morgen jetzt kommt hört 2010 datei öffnen ich mach mal was vor mit dem ersten petrus brief hier ist der erste petrus brief und zwar möchte ich euch mal zeigen wie man zusammenführt und zwar zwei dokumente die schon da sind wie man die beiden zusammenführt ich mache das so ich gucke erst mal ob der text gut ist ich gehe mal so durch hier mit dem mache ich mal eben vor hier damit hier mit dem balken rollbalken kann man schön einmal gucken ob alles richtig ist und hier habe ich was gemacht hier habe ich das zeige ich mal eben was ich gemacht habe dieses wichtige zeichen hier oben das erreicht man bei start und hier bei diesem komischen rückwärts b und zwar wenn ich das anklick ab jetzt weg wähle dann ist nichts mehr zu sehen außer diesem ganz kleinen pfeil hier unten aber ich mache es mal an dann sehe ich mehr was ich schon mal geschrieben habe dann sehe ich einfach mehr habe ich mehr kontrolle so jetzt kann man hier noch mein finger text verbessern das mache ich nur mal ganz kurz und jetzt gehe ich hier rein da return hier gehe ich hin und den cursor lasse ich hier stehen der cursor position ist jetzt ganz wichtig weil ich mir jetzt überlegen muss in welcher reihenfolge speichere ich diese dateien die beiden ab die beiden dokumente ist ja klar die reihenfolge steht schon fest der erste petrus brief kommt natürlich vor dem zweiten aber das erreiche ich nur wenn ich die kürzer position richtig setze die kürzer position kommt jetzt hierhin im ersten petrus brief und jetzt geht es los einfügen ich zeige das mal ganz genau was ich hier mache hier ist einfügen hier ganz oben links einfügen klicken und jetzt achtung rechts von objekt klicken das war jetzt rechts davon nicht ganz genau auf objekt sondern rechts daneben jetzt text klicken text aus der datei genauer gesagt text aus der datei so und jetzt kann man wählen die datei ist natürlich schon vorhanden muss schon vorhanden sein sonst geht es wieder nicht ich gehe jetzt auf zweiter petrus doc was passiert ich zeige das mal was passiert ist ganz genau rollbalken nach oben damit ganz bis hier und hier sieht man schon was passiert ist ich mache mal nur so damit das noch ein bisschen hübsch wird manipuliere ich den text noch ein bisschen so hier ist jetzt der zweite brief des petrus und ganz unten rollbalken nach ganz unten jetzt zeige ich mal was da ist hier ist ein datei Endezeichen und hier auch das heißt eins reicht ich mache eins weg so und wenn der text so gefällt wer jetzt ist ja gefällt mir wohl zweite petrus und der erste petrus so wenn alles richtig ist dann kann man jetzt ganz genau das machen was ich jetzt mache datei gehe ich hier hin und speichern runter und jetzt überlege ich mir ganz genau was ich hier hin schreibe eins b zwei b oder so könnte man so schreiben dann weiß ich dass beide da sind beide petrus briefe so und speichern und vielen dank und vielen Dank